Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft Feed the Beast. Heute auch wieder mit einer schüchteren Sota, die eigentlich jetzt gerade eben die Ansage machen sollte, wollte, aber sie nicht gemacht hat. Boah, gerne Anlagen, ey. Ansage mache ich nicht. So, ähm, ja, sie ist auch wieder mit dabei und jetzt, nachdem Cardens PC zwei Stunden lang Updates gemacht hat, hoffen wir, dass wir jetzt endlich ohne Probleme aufnehmen können. Ja, was kann ich dafür ohne 25 Updates, wollte es installieren und dann, äh, ja, alles. Da ist er sehr ungeduldig, ich auch. Dann lass uns beginnen. Genau, ich sollte ja, ähm, wie gut, dass mein Computer neu aufgesetzt hat und deswegen ganzen Updates gefahren hat. Achso, gut. Interessiert kein Schwein, macht einen Mist. Ich muss, äh, Bären essen, hat man verlangt. Nee, hier rechts klicken. Komischen. Ich hab's ja doch schon. Kurz neben Frage. Ja, wir sehen dein Skin. Geh in dein, deine Schmelzezahl, nix, aber du. Nix, sie meins, genau. Verschwellt. Wo soll hier die Bären essen? So, da, du musst mir die Wissens zeigen. Ja. Also, da sieht man, kriegt, äh, Ding, Ding. Wir brauchen aber erstmal ein bisschen Schutz. Lieber als Schutz ist überbewertet. Und ich will mein Skin. Ach ja, äh, tut mir leid für die letzte Aufnahme, da war der Ton ein klitzeklein wenig für den Arsch. Weil, ja, wir leichte Probleme mit der Aufnahme hatten. Aber jetzt sollt, jetzt haben wir das hier so umgebaut, dass ihr alles hören solltet. Hoffe ich zumindest. Karten? Ja, bitte. So. Just Plate. Wir brauchen etwas Schutz. Alter, das ist das Ironwood Plate Protection 1. Ja, die habe ich aus diesen Wurzeln gemacht, die... Pff, das ist deine Schütti. Oh mein Gott. Oh, ich leuchte. Yay. Oh man. Da schau ich... Ich weiß nicht, warum ich gerade den am Ballen spiel habe. Ich glaube, irgendeine Verwendung kommt zum Schütz. Ich habe ein Knochen, wo ich hier damit... Okay, das kann ich wahrscheinlich damit nicht erledigen. Da holt es sich Diamanten raus. Schwert... Ich habe... Ja, ein Schwert mitnehmen würde ich vielleicht nicht schlecht. Oh, eine Pickel drauf. Oh, ein Pickel hat schon mal die Stickies. Okay, jetzt so weit wäre ich so weit. Dazu muss ich Paci mal jetzt wirklich so mal weg. Ja. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was sind das? Da hast du gefallen. Da, 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 da. Ich mache noch kurz fest, dann bin ich auch bereit. Halt. Wie viel Energie haben wir gerade? Oh ja. Es ist Nacht, also... Musst du gerade den Zaubertisch? Okay. Das riskiere ich kurz. Lauf! So, ich habe was vor. Ich habe was vor. Ja, ich habe gesehen, du hast da was hinten vorbereitet. Shop the Mounds, vorbereitet. Was hat er denn vor? Oh mein Gott. Ich elektrifiziere meinen Knochenbrecher. Wow. Das brauchen wir, das ist kein Eisen mehr zum rekurieren, sonst kannst du einfach in die Badbox stecken. Material sparen. So. Äh, wir brauchen Gold. Schön. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Genau, klaren ab. Wow. Hallo? Jacky? Können wir noch ins Bett gehen, oder? Welche Welt waren das? Äh, das war die bunte Welt, die hier in der Mitte. Genau, dann war das in dieser Welt, in der er ganz... Hall me Quinn, ach, ich kriege ja alle Achievements, weil ich hier alles neu aufgesetzt habe. Wenn ihr nicht da seid, kann ich ja mal schnell ins Bett gehen. Macht dies. Ist Kaden hinter mir? Kaden ist hinter mir. Kaden ist hinter dir. Ei, ei, folge uns. So, du drückst mal Aufnahme, dass ich hier das auch zeigen kann, was ihr da macht. Ich drück Aufnahme. Don, wir gehen nach unten. Oh ja, voll spannend. So, und jetzt dünfe ich mal schauen, ob es da hinten war. Hm. Ja. Okay. Oh, scheiße, ich hab keine Axt dabei. Hier sind noch mehr Wurzeln. So, und direkt vor uns ist diese... Kammer, glaub ich. Ich hab auch keine Schaufel dabei. Hast du dir zugemacht, oder wie? Nee, ich war noch gar nicht... Ich bin noch gar nicht weitergegangen, weil ich nicht mich getraut habe. Wohl, wusstest du denn, dass da die Kammer ist? Tja, ich hab ne tolle Map. Die kann das. Aha. Irgendwie sehe ich das nicht auf der Karte, dass in die Kammer ist. Segar, dass es hier ist? Irgendwo. Hm. Vielleicht auch oben. Oder da oben, oder vielleicht auch unten, oder meintest du vielleicht die Kammer da? Da ist... Ich weiß nur, dass ich die auf der Karte halt ziehen kann, die Viecher. Aber... Ach, die Viecher siehst du? Ja. Ja. Aber halt nicht... Siehst du sie gerade im Moment? Immer noch, ja. Und vor mir eine ganze Horde Wölfe. Okay, ich sammle bei Kohli, bis du es gefunden hast. Kohle, 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 Kohle. Oh Mann. Ja. Entschuldigung. Ja, entschuldigen Sie sich. Moment. Das sind feindliche Mobs, oder? Äh... I don't know. Warten, das ist noch mal Radar, oder? Show... Hostels, ja, ja. Show Hostels. Aha. Oh mein Gott, da ist ja ein riesen Raum, oder? Ja, irgendwo. Da drüben müssen ganz viele sein, oder? Ja, guck mal, direkt hier in die Richtung, wo ich mich jetzt hin grabe, sind Wölfe ohne Hände. Die Wölfe sehe ich jetzt nicht. Achso, weil ich nicht auf... Newtfels. Newtfels gestellt habe. Das Loks. Wow, ich habe gerade einen Hänger. Ich grabe mich mal da durch. Auf der Suche nach... Wispss. Wispss. Entschuldigung, ich muss gerade die Aufnahme beenden, weil... Ah. Hey! Ich leg mir den Boden an die Füßen weg. Hä? Wer? Loks. Der ist auch hier. Wird sich wahrscheinlich allein gelassen, da hinten. Äh, da oben. Und wo seid ihr jetzt? Ich suche die anderen Wispss, oder was das Ding befiegelnd sind. Oh, das ist so dunkel. Ne, ich bin ja gar falsch. Ja, weil wir in der Höhle sind, unter der Erde. Wir müssen wieder, äh, keine Ahnung, hoch, oder... I don't know. Was oben ist? Oh! Höhle gefunden. Hast du sie gefunden? Ne, doch nicht. Ich hab wieder nur ne Lücke gefunden, wo mein Aluminium war. Ja, das muss doch hier irgendwo sein, oder ist es unter uns? Ey, ja, das ist leider schlecht zu erkennen. Auf der Karte, was über oder unter... Es ist wahrscheinlich heller oder dunkler, oder? Ne, werden die Mobs heller, also... Warte, wenn ich jetzt hochgehe, verändert sich dann die Farbe... Ne, irgendwie nicht. Aber ich seh's immer, wenn ich jetzt hochgehe. Schock! 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 Boah, da hinten sind ganz viele. Also... in die nordwestliche Richtung. Es sind richtig viele. Laut Karte. Okay. Ich kann ja mal... Warte mal. Ist das die Welt? Ich hab doch auch ne Höhle gegraben, und da hab ich auch so viele Viecher gesehen. Da kann ich ja da noch mehr hin. Vielleicht ist ja das, das... Äh... Ja. Du wirst schon. Komm zurück. Geh such weiter, ich suche wo an. Hat wer ne Axt dabei? Nein! Äh... Hat nur ne Male. War das hier. Die nach mir völlig, weil ich hab Live Roots Küsseln. Also diese Live Roots. Na, ich komm mich wieder, ich muss nur schauen. Ne, das ist es nicht. Das ist nicht der Gang. Oder was? Hattest du den Gang hier gemeint? Sota? Na doll. Ich komme. Ja, ja. Ich hab nur ne normale Schaufel dabei. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Please home dinner. Ja. 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 Ich komm. Ich eile. Ich fliege. Ich hab keine Ahnung wo du bist, komm. Zu viel Erde. Ich bin ein Stockwerk höher gegangen. Ich bin höher gegangen und dann in den nächsten Gang. Boah, das regts mich auf. Ah, okay. Boah. Boah. Ich bin ein Eis halt vorbei. Boah, die sind auch lauter Löcher. Es könnte hier was gewesen sein. An Ernsten. Oh man, wie viele. Ja. Ja, die Welt war aber schon vorher generiert. Ja, ich weiß. Es ist grad höchst 36. Hm, schau ich mal. Boah, ich hab keine Ahnung wo das ist, das Zeug. Es muss irgendwo hier sein. Was? Die wispspspspspsps. Wiespspspsps. Ja, ja. Wir könnten ja auch überirdisch gehen. Ich glaub das voll geführlich. Ich glaub das voll geführlich. Ja, kann das denn draußen so. Ihr könntet ja auch mal ne neue Welt machen. Und vielleicht findet ihr dann direkt was in der... Das ist denn da passiert? Das ist die Kiesattacke, glaub ich. Dieser Kies hat mich angefallen, da unten. Achso. Wie frech. Diese Kies... werden die wir waren dann langweilig der schwede dem was sehr langweilig wo war denn meinen hüllen eingang ich war ja auch mal ich glaube hier hätte ich nämlich auch diese pflegefächer gefunden das sind die wirst siehst du mal als punkte auf der karte das ist doch so vierecke oder wenn du blaue vierecke meins das sind diese slides so die punkte auf der karte sehe ich auch das sind diese löcher wo überall herze waren ich habe raum gefunden ich bin noch ein höher hier ist die kiste auf den treppen befinden sich zwei creeper ich komme nicht mehr raus aber aber ansonsten ich gehe einfach weiter buddeln bis sie sich verzogen haben oder so ich weiß auch nicht cool also ich könnte die kiste ich auch mitnehmen so hier ist auch ein creeper und glockst du lässt alles rumliegen was ach stimmt ich habe gut eingesammelt dann habe ich irgendwie die falsche da haben die schulden mit schluss um neue viermalen ach doch dass ich die weiß das war wenn da muss ich noch mal runtergehen Jetzt mach dir den Deckel hier zu, sag mal, ich glaube es hackt. Das erinnert mich irgendwie an irgendwas. Ja, das war meine Rache. Ach scheiße, das war aber Karten. Was? Ne, Moment mal. Ihr habt mich doch mal eingesperrt. Achso stimmt, das war auch ein Live-Stream. Stimmt. Live-Stream, ja. Mhm. Ah, ok. Jetzt weiß ich was mit Punkten meins. Ich hab's nämlich gefunden. Ich kann die Kohle mitnehmen. 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 Ja. Also entweder spinnt mein TS, oder du wiederholst dich. Äh, dein TS spinnt. Echo, Echo. Echo, genau. Ich hab ne Endlosschleife eingebaut, damit du immer wieder dasselbe hörst. Ja. Aber nur du. Ok. Sonst niemand anderes. Ich hab's aber oft gehört. Verdammt. Raus aus meinem Kopf. Ich brauch ne Schippe. Ne Schippe. Ne Schippe. Ne Schippe. Doppelpiff. Verbraucht das überhaupt? Ok. Ich glaub das ist ein bisschen buggy, kann das sein. Ich hab immer noch keine Ahnung wo du bist. Ich bin nicht jetzt wieder hoch. Ich geh in die andere Welt, weil ich will Creeper. Ich sagte doch, da sind zwei Creeper auf der Treppe. Zwei? Ja. Ist hier nur einer. Creepy. Gut, vielleicht ist einer da. Behind you. Die Sporteswehr. Ein Enderman Creeper. Ein Ender Creeper. Ach Gott, jetzt bleibt der da oben. Ich hab leider keine Fangkampfkaffe. Ich kann ja meinen Hammer nach ihm werfen. Ja. Ok, jetzt ist meins kaputt hier. Ich hab dir dein Ding weggemacht. Mein was? Dein, dein Kies hier. Wo ist das jetzt? Graviel. Creeper? Ok, ich renne jetzt an dem Creeper vorbei. Nöööööööööööö. Ich war zu schnell, muhaa. Ich probier's auch. Ja, es klappt. Tawai-Ren. Haupt Dwyerät. Funktioniert. Am Creeper vorbeigebrannt. Achievement. Wie ich das jetzt wahrscheinlich mache? Ne. Boom. Wahrscheinlich. So. Ich geb' na m'n Inventar und geh' dann in die andere Welt. Warte mal. Wo ging's denn jetzt eigentlich hier hoch, verdammt? Du hast dich so eingebuddelt, rumgebuddelt. Wollt ihr Rose kaufen? Ich seh keinen Creeper. Ich hab ja Rose per Lisch. Nein? Doch. Der verfolgt dich jetzt. Zack. Äh. Der wasserleimert.